Ich bin Kollege der Teilnehmer, ich bin Kulturträger des ISB, ich bin Impulsgeber und bin dafür verantwortlich die Modelle vom ISB bekannt zu machen. Ich bin ISB Master, habe über zwölf Jahre ISB Tools angewendet und bin in dieser Kultur unterwegs. Ich habe sehr viele Organisationen in unterschiedlichen Bereichen beraten und schon mit sehr vielen Kollegen aus unterschiedlichen Hintergründen zusammengearbeitet. Passung, Verantwortungskultur, Neues entstehen lassen. Für dieses Curriculum ist die Rolle des systemischen Beraters. Was macht denn aus? Was passt dazu und was passt nicht dazu? Wie können wir als systemische Berater unterwegs sein? Räume für Resonanz öffnen, in dem Wesentliches geschehen kann. Das heißt, die Fallbeispiele mit Modellen, mit Didaktiken zusammenführen, dass Neues möglich wird. Der Glaube, dass in Modellen oder Werkzeugen die Lösung liegt und dogmatisches Denken und Abgrenzen von anderen. An diesem Curriculum ist die Vielfalt der Teilnehmer sicher das ganz Besondere und der Moment, dass wir als Gruppe gemeinsam lernen und gemeinsam in die Kultur des ISB einsteigen. Kulturbegegnungsmodell, weil wir aus unterschiedlichen Kulturen kommen und eine gemeinsame Wirklichkeit finden müssen. Die vier Dimensionen der Verantwortung und das komplementäre Modell der Verantwortung, weil das das Heine der Hauptthemen in Organisationen ist und das Perspektivenereignismodell, weil ich sowohl für Analyse als auch zur Umsetzung von Prozessen sehr hilfreich finde. H быв� an zu einem esos typischen Kulturen, aber der Grund die IímOSE und von K Drake, in Gottesm Busch und Bremse, dass eigentlich auch bei den Kulturen erzeniu sind systemen developments Der Grund werde hier ein행 und Fangslung überstellt.